ja wo bist du hingegangen Lars so ist es da und ich bin in der Mauer drin weil ich kleine Hex benutzt hab F2 ne ne einfach nur so ich versteh auch nicht warum aber irgendwie ist Pac-Man ein bisschen blöd oder ja Zombies war besser ihr wollt zur Community Zombies da ist die andere Lenz war herr und tun war ich gehe zu gutem Waren was ist das für eine Belegung keine Ahnung angeblich soll das auch ein Zombie-Ding sein aber ich hab keine Ahnung warte in welchen in welchem Team ist man das nicht bauen obwohl man es kann hä ich bin im roten Team in welchem Zeit bist du auch im roten Team ist gut doch man darf bauen aber ja in welchen bin ich im bis zu dem Team gelingt durch durch den Tor gelaufen oder wie ich bin durch ihn Prozent um die 8 ich sparen da wo Liga aufs Bord nein du bist blau bei dir ist doch gerade alles blau ne weiß ich nicht Junge der kommt schon wieder immer wenn ich ehrdrücke ist hier alles rot immer wenn ich ehrdrücke ist hier alles rot Lars guck mal in den Chat man hast du gesehen dieser Jonas ist wieder da Junge hallo wie ich sehe ich von oben ha 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 nicht bauen you are a little bit behindert habe ich geschrieben ich sehe euch von oben hallo guck mal nach oben hallo 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 jetzt bin ich auch oben äh ist das witzig an du kannst ihn nicht bauen oder doch ich griefe was macht er er grinst wer grinst Jonas Lehman eben noch ne das ist traurig ja aber er hat er ich hab geschrieben bohr alter you are a stalker you are a little bit behindert und er schreibt smiley und ich dann Jonas go where you are a stalker und er und ich bin warum kann man die grünen you are a little bit behindert ist auch edu schmuck m was macht ihr denn da unten die war zu gest oder zu main oder höre mit dem display auf ist mir das egal obwohl aber was wollen wir machen wir können auch zu Zombies gehen der wird uns der Joe dieser Jonas wollen uns sowieso folgen ha geh wir zu Zombies und und äh alle die wollen wir aha und guck mal wenn der herkommt wenn ihr da auch jetzt hingeht wenn ich jetzt zu dir komme, dann werden wir da kommen glaube ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ein wenn ich sonst will ich bin er habe nun ich bin jetzt in deinem komischen Stabuch und der das ist aber das scheiße da war ich schon da geht es eigentlich gut aber das ist cool wie geil der ist gekommen aber macht das doch so dass der nicht mehr dein Level joint kann wie geht denn das Stalker der denkt jetzt auch nicht meins glaube ich Jopa was heißt das ich weiß es nicht ich weiß es nicht oh mann ich bin schon wieder nicht sehen ausweichen geh mal in Zombies komm geh mal in Zombies oder lass uns aber nicht mehr mit Plänen gar nicht Junge das kann man doch selber sehen oh wie ne große Mauerbau ist denn hier ne Stadtmauer du bist ne Stadtmauer die ist noch nicht fertig ich ich bin mal Baurechte dann helf ich dir ein glaubst du ernst du wirst die für Bilder nein ich bin 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 ich ich bin in meinem Raum sowieso nicht ich ich bin du kann sie angucken ich bin ich bin ich bin ich bin ja ich bin also wie heißt du noch mal gleich du wirst es sehen ich gehe mal mein Home ihr siehst du es dort ne neun Sg 1899 warum 1908 warum 1909 gründungsjahr der Eintracht oh mein Gott was denn Dortmund ist besser als Eintracht Bayern ist am besten du bist du bist wie Pizzabote ohne Scheiß jetzt die sind ja auch in einer Klasse wirklich ja was jetzt was jetzt ganz YouTube sowohl boah ist das schlimm oh so ein Stein hat doch Pizzabote in seinem Home auch mal gebaut und ich in meinem Home auch mal und was hieß es dafür also Medi hat sich das alles angesehen und als er fertig war ist er aufgegangen also das hat schon alles gesagt ich gehe zu den Zombies ganz einfach ah guck mal es herrscht Totenstille keine Worte werden gesprochen du bist auch so ne Totenstille schweige mich und du setzt ein worum trauern wir? Sarah was ihr die Map verunschaltet habt ja genau ist doch so oh nein jetzt bin ich wieder runtergefallen einfach mal warum geht so um klein ja komm mal zu Zombies komm dieser Junge das auch mal oh jetzt bin ich wieder raus der ist in deinem Home was der ist in meinem Home achso ja jetzt kommt er uns nicht mehr hinterher ne wenn wir wollen naja auch blöd na egal nein you are mit Behinder hohoho Boah Boah Egolas bist du noch Jules oder auch schon Zombie Zombie ja jetzt Boah alter wie viele Steine sind hier ey das ist ja unfassbar unglaublich verrückt krass krank bist du ein little bit behindert bist du bist du nein doch na ok wer ist denn behindert 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 ein Glas Obsidian Haus oh nein er hat's gefunden das ist mein geheimer Unterschlupf jetzt ist es ein zerschlörter Boah Boah wie dann versichere ich jetzt dein Megatower Grief viel Spaß Grief 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 na egal ja genau so wie dein wie dein dämlicher Megatower der von Megamanio war dreimal größer ja und ich wollte ja eigentlich auch nur da unten rein und auch sie macht sich keinen Bock weil dann die Zombies kamen welcher Megatower ja dieses dämliche Obsidian Ding was er Megatower nennt weißt du nicht unser Megatower da den wir letztens hatten ja Sina aber Sina und ich haben einen viel größeren gebaut genau so hoch wie es ging aber den ersten den hatte Sina alleine gebaut und der war am höchsten höher geht's doch gar nicht ja der war auch so hoch wie es ging dann war der mit am höchsten Grief und dann bin ich da hingegangen und hab den aufgegriffen du kleiner Griefer du kleiner Griefer so schön gebliegt mit Gras sieht so schön aus dann jetzt noch ein bisschen Holz ganz vor sich nicht bleiben Mist 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 was mache ich jetzt hier ist mein Spotporn nicht mehr machen und möchte zu bauen aber es ist schwer nein 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 auch hier unten ist ja eine Insel welche Insel wo denn wo denn wo denn wo denn wo hä nein nein jetzt hab ich sie selber kaputt nee das war ich ich hab und ich bekam von unten ich hab dich infiziert du Monster du Elendes Monster oh jetzt kommt der Typ schon wieder egal lass mal ein Jonas Lemmott ähm ein Hater Video machen wie kacke Junge ich war ein Kacke ich war ein Kacke ich war ein Kacke ich bin das irgendwie voll heftig Felix dass du von dem Betaserver auf Dauerbahn bist nein kacke bin ich nicht doch fuck das habe ich meine Absicht egal ich bin Zombie das jetzt noch ein paar開始 für dich und Dachterrasse, wo? Hier, komm mal. Nein, eine Glasterrasse. Ich dachte, Dachterrasse. Junge, wer war das? Ich hasse dich. Ich dich auch. Danke. Bitte. Ich dich auch. Danke. Bitte. Ich dich auch. Junge, dieser Jonas ist doch wieder weg schon. Schon wieder weg, ja. Are we human? I'm not a human. Boah, mein Versteck ist jetzt ein bisschen übergroß geworden. Mein Versteck wird noch, muss noch gebaut werden. So, dann liebe YouTuber, tschüss. Sehen wir uns dann nachher, sozusagen. Joa, tschüss. Bis dann. So, gut. Das war die Aufnahme. So, wenn ihr jetzt die Outtakes von Part 6 bis 9 sehen wollt, klickt auf dieses Video. Tschüss. Also, da ihr euch auch gerne. Dich auch zwei. Wie zum. Untertitelung des ZDF, 2020